6 Wege mit OpenAI Sora Geld zu verdienen Die Ära der Kai-Videogenerierung ist angebrochen und mit ihr eröffnen sich enorme neue Möglichkeiten, im Kai-Bereich Geld zu verdienen. In diesem Artikel werde ich 6 einzigartige Wege hervorheben, wie Sie mit OpenAI Sora Geld verdienen können, um diese neue und aufregende Technologie zu nutzen, bevor der Rest der Welt auf den Zug aufspringt. Obwohl klar ist, dass Sora und andere Kai-Videogenerierung-Plattformen die Welt, in der wir leben, drastisch verändern werden, ist es nicht ganz klar, wie Menschen wie Sie und ich diese unglaublich leistungsstarke neue Technologie nutzen können, um online Geld zu verdienen, abgesehen von offensichtlichen Anwendungen wie Stockfotage. Was ist Sora? Sora ist ein revolutionäres Kai-Modell von OpenAI, das superrealistische Videos von bis zu einer Minute Länge aus reinem Textinput erstellen kann. Sora kann Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen rendern und entweder von einem Text prompt erstellen, indem sie beschreiben, was sie sehen möchten, oder von einem Startbild, das zum Leben erweckt wird. Es ist erwähnenswert, dass Sora noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist und voraussichtlich geschlossen bleibt, bis weitere Informationen vorliegen. Dies markiert aus meiner Sicht einen bedeutenden Moment für die Kai-Industrie in diesem Jahr, und deshalb betrachten wir heute die Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. Verkauf von Prompts an Unternehmen Der erste Weg besteht darin, Prompts an Unternehmen zu verkaufen. Wie bei anderen Text-zu-Bild- oder Text-zu-Videotools können Sie, ähnlich wie beim Verkauf von Chat-GPT-Prompts, diese Prompts an Unternehmen verkaufen. Indem Sie sich auf bestimmte Anwendungsfälle spezialisieren, wie ZB die Erstellung von Produktpräsentationen, Videos oder cineastischen Drohnenaufnahmen, können Sie ein Publikum ansprechen, das bereit ist, für Prompts zu zahlen, die die Generierung eines bestimmten Inhalts ermöglichen. Generierung von Lifestyle-Inhalten Der zweite Ansatz befasst sich mit der Generierung von Lifestyle-Inhalten. Anstatt um die Welt zu reisen, können Sie sich bald als Charakter in die Szene einfügen und verrückte Lifestyle-Clips generieren, die Menschen für ihr persönliches Branding benötigen. Dies bietet eine hohe Rendite, da Sie Zeit, Geld und Mühe sparen, die sonst für Reisen und Videografen aufgewendet werden müssten. Kurse für Editoren erstellen Der dritte Weg besteht darin, Kurse für Editoren oder Content-Ersteller zu erstellen und Ihnen beizubringen, wie Sie das Beste aus Sora herausholen können, um es in Ihre Videos zu integrieren. Dies bietet eine fantastische Möglichkeit, den kreativen Prozess zu erleichtern und gleichzeitig Bildung und Schulung anzubieten, um den Nutzen von Sora zu maximieren. Generierung von Immobilien-Videos Der vierte Ansatz mag etwas futuristisch erscheinen, aber er zeigt potenzielle Einsatzmöglichkeiten, wenn Sora öffentlich zugänglich wird. Durch die Verbesserung der Video-Erstellung für den Verkauf von Immobilien können Sie wertvolle Inhalte für Immobilienunternehmen generieren und Ihnen helfen, Häuser schneller zu verkaufen. Kurse für Marketing-Agentur-Inhaber erstellen Der fünfte Ansatz besteht darin, Kurse für Inhaber von Marketing-Agenturen zu erstellen und Ihnen beizubringen, wie Sie durch die Generierung von verschiedenen Anzeigen-Kreativ-Varianten mehr erreichen können. Dies bietet einen direkten Return-on-Investment, in dem Unternehmen mehr Kreativ-Material für ihre Werbestrategien testen können. AI-Personas auf Steroiden Der sechste Weg befasst sich mit der Erstellung von Kursen für Marketing-Agentur-Inhaber. Hier können Sie Ihnen beibringen, wie Sie massive Mengen von Anzeigen-Kreativ-Varianten generieren können. Indem Sie schnell zeigen, wie hochwertige Anzeige-Kreativ-Varianten erstellt werden können, bieten Sie einen direkten Return-on-Investment für das Unternehmen. Abschließend bietet die Verwendung von Sora enorme kreative Möglichkeiten für Filmemacher, Content-Ersteller und digitale Künstler. Dies wird zweifellos die Art und Weise verändern, wie wir Inhalte erstellen und konsumieren. Trotz meiner Unsicherheit darüber, wie sich KI-generierte Filme oder Fernsehsendungen anfühlen würden, eröffnet dies eine Vielzahl von Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Es wird jedoch erwartet, dass OpenEgei bei der Einführung äußerst vorsichtig sein wird, insbesondere im Hinblick auf Datenschutz und die Erstellung von Inhalten ohne angemessene Zustimmung. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Technologie weiterentwickeln wird und welche neuen Chancen sie für die Welt der Kreativen und Unternehmer bereithält. Vielen Dank fürs Zuschauen! Vergesst nicht, den Beitrag zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal! Drangzilla